Hi meine Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr wieder am Start seid. Ihr habt es alle sicherlich mitbekommen, ich war ca. 2-3 Monate inaktiv aus verschiedensten privaten Gründen. Ich hatte einen Jobwechsel und so weiter, deswegen musste ich mich drauf fokussieren. Jetzt aber bin ich hier auf YouTube für euch wieder am Start mit den heißesten Tech-News, Freunde. Ihr wisst Bescheid, denn wir werden heute auf das S24 Ultra reagieren. Und zwar werden ja die neuen Samsung Geräte jetzt im Februar 2024 vorgestellt. Und was uns alles dann mit dem S24 Ultra erwartet, jetzt hier in diesem Video. Also bleib dran, nach dem Intro geht's los. Mein Name ist Selkan und falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal sein solltest, dann vergiss bitte nicht auf den Abonnier-Button unten zu klicken. Damit würdest du meine Arbeit hier auf YouTube wirklich extrem unterstützen und auch keine weiteren Videos rund um die Themen Technik und Datenschutz verpassen. Wir jumpen direkt rein ins Geschehen, Freunde. Ich habe drei Videos an der Zahl vorbereitet. Wir werden natürlich erst uns das S24 Ultra von außen anschauen, denn es gibt schon offizielle Leak-Bilder zu den Geräten. Dann werden wir uns einen Vergleich zum S23 Ultra ziehen. Und hinterher werden wir uns noch den Snapdragon 8 Generation 3 Prozessor anschauen, der ja mit diesen Geräten jetzt erscheinen wird. Denn dieser hat es wirklich in sich. Da gibt es schon erste Benchmark-Zahlen. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. Und zu guter Letzt gibt es dann natürlich nochmal hier von mir ein fertig erstelltes Gerüchteblatt zu dem S24 Ultra und den gesamten technischen Daten. Auf jeden Fall steigen wir ein mit den offiziellen Images, also die offiziellen S24 Ultra-Bilder. Let's go! Again, it's great to have you here. Also hier haben wir jetzt drei Geräte natürlich. Einmal das S24 Ultra, das S24 Plus und das normale S24. Die Geräte werden offiziell, jetzt auch wenn es Leak-Bilder sind, aber es sind offizielle Bilder, werden sie so kommen, Freunde. Und so können wir schon uns eine Meinung darüber bilden. Aber ich würde sagen, wir schauen erst mal weiter, bevor ich was dazu sage. Ich werde hier in diesem Video jedoch nur auf das S24 Ultra eingehen, Freunde. Und hier haben wir schon das S24 Ultra, in dem vier verschiedenen Farben kommen werden. Einmal lila, ja so hellgrau, dunkelgrau und einmal so ein gelb-gold. Diese Farbe finde ich übrigens extrem heiß. Ihr wisst Bescheid, ich bin ein Yellow-Fanatiker, Freunde. Und dieses Gerät hier mit dieser Farbe, ja, das sieht schon sehr lecker aus. Ich glaube, da werde ich vielleicht zuschneiden. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Auf jeden Fall, was uns hier natürlich direkt auffällt, ist, dass wir das Kameradesign gleich haben. Wie beim S23 Ultra ist auch klar, warum sollte Samsung das ändern. Denn wir haben hier das einzigartige No-Kamera-Bump-Design, was wirklich nur von Samsung aktuell auf den Markt kommt. Und auch viele chinesische Hersteller machen es mittlerweile, die jetzt Samsung in der Hinsicht kopiert haben und den Kamerabump weglassen. Wie zum Beispiel Oppo. Diese Geräte kommen aber dann meist nicht rüber hier zum Westen hin. Deswegen, Samsung ist hier im Westen so der einzige Hersteller, der eben so High-End-Kameras, wirklich wie wir sie hier haben, die 200-Megapixel-Kamera natürlich, die auch hier verbaut sein wird, ja, kommt ohne Kamerabump. Und das ist einzigartig und sehr, sehr nice. Und ich habe mit vielen Leuten auch schon darüber geredet, mit dem S24 oder S23-Design ohne Kamerabump. Wie sehr ich das feiere? Einige sagen dann noch, ja, ich finde es halt nicht schön. Aber ich kann euch sagen, technisch, Freunde, ja, optisch ist Geschmackssache, aber technisch ist es wirklich ein Schritt den anderen Herstellern voraus. So oder so, ja, weil was wäre denn der nächste Schritt beim Apple 18 Pro als Beispiel jetzt, ja, wo der Kamerabump wegfällt? Da wird es genauso aussehen, Freunde. Das hier, dieses Kameradesign ist ein Schritt allen anderen Herstellern tatsächlich voraus. Und ich feiere es extrem. Kameratechnisch wird es ein, zwei Veränderungen geben. Ja, aber die 200 Megapixel Kamera wird gleich bleiben. Natürlich auch der neue Prozessor wird auf die Kameraqualität mit einspielen, eben durch die AI-KI-Funktionen, die dann mit dazu kommen. Aber auch eine neue Kamera hat, werden wir hier bekommen. Wir werden nämlich die Telelinse auf mal 5-fach kriegen. Also 5-fach optischen Zoom mit 50 Megapixel. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und was uns hier natürlich noch weiter auffällt, ist das Display hier, Freunde. Ihr seht nämlich, das ist auch eine weitere Neuerung, auf die wir jetzt eingehen, ist, dass im S24 Ultra eben kein Edge-Display haben werden. Das heißt, wir werden an den Seiten rechts und links keine Abrundung haben. Wir werden hier tatsächlich ein flaches Display haben, wie im Apple iPhone 15 Pro oder in allen anderen Apple-Geräten. Apple hat ja nie wirklich Edge-Displays verbaut, sondern hatte immer flache Displays. Und auch mit dem Samsung S24 Ultra werden wir ein flaches Display haben. Deswegen sieht man hier jetzt rechts und links auch mehr Display-Ränder. Das hat natürlich den Nachteil, wenn man ein flaches Display hat, weil durch diese Edge-Funktion hat man den Display-Rand dann an der Seite gehabt. Und es sah von vorne ohne Display-Rand aus. Aber in diesem Fall jetzt werden wir rechts und links auch ein bisschen minimal Display-Rand haben hier an diesen Geräten. Aber trotzdem feiere ich, und das habe ich auch vorher schon einmal gesagt, dass ich die flachen Displays aller Apple-iPhone-Geräte mehr feiere als die Edge-Displays, weil die Edge-Displays, da ist irgendwie die Luft raus, so meiner Meinung nach. So viel dazu, Freunde. Jetzt schauen wir uns nochmal die Design-Änderung zum S23 Ultra an. Und dafür habe ich hier ein weiteres Video, natürlich auch vom Tektok TV. Und hier sehen wir schon, die Unterseite wird hier verglichen. Wir haben hier nämlich das S24 Ultra hier unten. Und hier oben haben wir das S23 Ultra. Und hier können wir auch schon direkt am Display sehen, hier haben wir eben eine kleine Wölbung, ein Edge-Display und hier haben wir ein komplett flaches Display. Also die Geräte werden auf jeden Fall exakt so kommen, Freunde. Und was uns natürlich noch auffällt, ist hier die Lautsprecher-Aussparung, die ist hier ein bisschen anders gehalten. Und was uns natürlich noch auffällt, und da kommen wir schon zu der nächsten Neuerung, ist eben hier das Material. Ja, wir haben hier, sollen hier beim S24 Ultra einen Titan-Rahmen kriegen, statt Aluminium, wie wir es hier oben hatten. Ja, und Titan Apple kopiert. Ja, okay, mag sein. Aber selbst wenn Apple jetzt bei den iPhone 15 Pro Geräten kein Titan verwendet hätte, hätte es ja vielleicht Samsung trotzdem gemacht. Also es ist so ein bisschen, ja, natürlich kann man auch sagen, das ist Marketing, ey, ihr macht Titan, wir machen jetzt auch Titan. Aber gut, was soll's? Für mich persönlich macht es keinen Unterschied, ob es Titan oder Aluminium ist, ja. Das merkst du an der Hand sowieso nicht. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass Titan ein bisschen stabiler ist, meine ich. Und dass natürlich Titan auch wesentlich leichter ist als Aluminium- oder Edelstahlrahmen. Das wirkt sich dann positiv natürlich auf das Gerät und auf das Gewicht insgesamt aus. Was uns noch auffällt hier auf der Unterseite ist, dass hier zwei Mikrofondöcher sind, hier aber nur einer. Der ist tatsächlich auf die Oberseite gewandert, wahrscheinlich können wir gleich sehen. Und der S-Pen ist selbstverständlich mit dabei. Ihr seht, hier haben wir jetzt den S-Pen ein bisschen rund den Kopf und hier ist er komplett flach und schließt bündig mit dem Gerät mehr oder weniger ab. Muss man natürlich gucken, wie das jetzt dann mit der Druckqualität ist, wenn man den S-Pen rausholen möchte. Aber apropos S-Pen, Freunde, auch das ist meiner Meinung nach ein Riesenmehrwert, was hier Samsung mit dem S24-Ulfer anbietet. Der S-Pen ist einfach richtig, richtig nice und er ist schön, dass man ihn im Gehäuse verstecken kann. Er gehört einfach zum Gerät, er ist da ohne zu stören. Das macht das Gerät meiner Meinung nach nochmal ein bisschen besser als die Apple-Geräte, muss man an dieser Stelle sagen. Schauen wir mal weiter. Hier kommen wir zu der Oberseite und hier können wir sehen, dass das Mikrofonloch, eben was unten fehlte, ist jetzt hier. Beim S24-Ultra und beim S21-Ultra fehlt es eben oben, Freunde. Könnt ihr sehen, ansonsten sind beide Geräte wirklich absolut identisch. Was mir noch auffällt, ist vielleicht hier der Kamerarahmen. Hier ist er ein bisschen glänzender als hier, hat man so das Gefühl. Aber da muss man später schauen, ob hier sich wirklich diese kleine Leiste, Rahmen, Kamera, Umrandung verändert hat. Muss man schauen. Das war es eigentlich schon. Ich glaube, noch eine Seitenansicht bekommen wir. Factor TV, Bruder, wo hast du die Seitenansicht gelassen? Ja, hier kommen wir nochmal zur Seitenansicht, wo eben auch die Buttons sind laut Laser-Buttons und Standby-Tasten natürlich. Und hier sehen wir auch den Unterschied eben mit dem Material, dass das Titan-Material ein bisschen hochwertiger verarbeitet aussieht meiner Meinung nach. Ansonsten hat sich wirklich nichts geändert. Aber ja, man muss sagen, hier sieht man ein bisschen die Verarbeitung jetzt auch im Extrem-Zoom-Bereich natürlich. Ja, sieht man hier, dass die Verarbeitung vielleicht nicht so toll ist. Das können aber auch Gebrauchsspuren sein, weil ich glaube nicht, dass das ein neues S23-Ultra ist, was ihr hier vergleicht. Das heißt, hier können wir schon Abnutzungserscheinungen eben vom Aluminium haben, während Titan hier wirklich noch unberührt aussieht. Und auch hier sehr, sehr gut, sehr bündig abschließt, muss man sagen. Ob das jetzt die Verarbeitungsqualität insgesamt vom Gerät verbessert, weil wir eben einen Titan-Ram haben, glaube ich nicht. Die Geräte waren vorher auch schon extrem, extrem hochwertig verarbeitet. Und wenn, dann ist das nun einen extremen Zoom-Fall. Also so wie wir es gerade sehen, im extremen Zoom-Bereich ist es dann auffällig. Und für uns dann in der Nutzung wird es kaum auffällig, Freunde. Das war es jetzt hier aber auch schon mit dem Design-Vergleich. Mehr Bilder gibt es tatsächlich auch nicht. Als nächstes kommen wir jetzt zum neuen Prozessor, dem Snapdragon 8 Generation 3. Der hier bei den Samsung S24 Geräten mit an Bord sein wird. Und da ist es natürlich jetzt auch interessant und stellt sich die Frage, wird Qualcomm für Samsung extra den Snapdragon 8 Generation 3 Samsung Edition Prozessor raushauen, so wie er es mit dem Generation 2er für die S23 Ultra Modell getan hat? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass dieser Prozessor definitiv in welcher Form auch immer mit am Start sein wird. Aber auch nicht für alle Geräte, muss man an dieser Stelle sagen. Das lässt Samsung natürlich noch offen. Wir wissen nicht, wo wir den Exynos 2400 Prozessor bekommen. Der übrigens auch, da werde ich gleich noch detaillierter drauf eingehen, schneller zum Beispiel 30% schneller ist als der Snapdragon 8 Generation 2er. Der Exynos 3400er, der eben auch mit diesen Geräten dann kommen wird. Und der 8 Generation 3er, da steht wohl KI und AI ganz weit oben, Freunde, bei diesen Prozessoren. Und man muss auch sagen, dass Samsung versucht hat, sich Patentrechte für AI-Phone oder KI-Smartphone und so weiter zu sichern. Das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Ich weiß nicht, ob die das hingekriegt haben. Ich glaube eher nicht. Also da gibt es so Spekulationen, dass Samsung versucht, sich diese Begriffheiten zu sichern. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Benchmark-Tests eben zu dem Snapdragon 8 Generation 3er an, denn die wurden auch schon geleakt und da werden wir auch sehen, dass der A17-Bionic-Chip, der eben in den iPhone 15 Pro und 15 Pro Max-Geräten verbaut ist, von dem Snapdragon 8 Generation 3er abgehängt wird, Freunde. Was sehr, sehr interessant ist, meiner Meinung nach. Also, let's go! So, hier haben wir direkt schon einen Benchmark-Vergleich. Wir haben hier einmal verschiedene Farben. Ich erkläre das mal ganz schnell. Dieser blaue Balken dient dem 3D-Mark Wildlife-Test, der grüne dient dem 3D-Mark Wildlife-Extreme-Test und der gelbe eben den 3D-Mark Solar Bay Raytracing-Test. Und hier können wir dann auch schon direkt die Vergleiche ziehen, Freunde, mit dem Snapdragon 8 Generation 3, mit einem Referenzphone natürlich und mit dem iPhone, Apple iPhone 15 Pro-Gerät können wir sehen, dass eben der Prozessor hier den A17-Bionic-Chip ein bisschen abhängt, muss man an dieser Stelle sagen. Wobei das auch nicht unbedingt jetzt was im Großen und Ganzen zu bedeuten hat, weil da auch noch andere Faktoren mit einspielen, ja. Dieser 3D-Benchmark-Test oder allgemein diese 3D-Tests und so weiter sind schön und gut, aber im Endeffekt, ja, muss man auch schauen, wie wirkt sich das auf die Akkukapazität, auf die Akkuleistung aus, wie gut lässt sich das System dementsprechend dann auch weiter nutzen und da voll lassen. Und da muss man sagen, dass Apple eben durch die sehr, sehr gute Software, die ja iOS ist, hier einen Riesenvorteil gegenüber Android hat, Freunde. Aber trotzdem, rein prozessortechnisch, wird hier eben der A17-Bionic-Chip von dem Snapdragon 8 Generation 3er abgehängt. Hier sehen wir noch einen weiteren Vergleich, eben hier der A17er, hier der Snapdragon 8er und hier sehen wir auch, dass hier die Unterschiede jetzt zwar nicht so groß sind, aber trotzdem eben der A17-Pro-Chip hier abgehängt wird, Freunde. Weil bei diesem Test jetzt nicht, bei dem Single-Core-Test nicht, aber bei dem Multi-Core-Test. Weil Samsung das natürlich auch weiß, dass eben iOS ziemlich gut programmiert ist und die Kühlung des Prozessors eigentlich auch ziemlich gut läuft, obwohl Apple mit den neuen Kamerasystemen im iPhone 15 Pro tatsächlich Hitzeprobleme hat. Das wird ja hier gleich auch noch kurz erwähnen. Aber da Samsung das weiß und Samsung eben auch sehr oft mit Hitzeproblemen zu kämpfen hat, werden wohl im S24 Ultra und im S24 und auch im S24 Plus Modell wird ein neues Kühlsystem kommen und das wird jetzt hier vorgestellt. Das nennt sich nämlich Vapor-Champing und das sorgt eben für eine viel, viel bessere Kühlung und dadurch auch für eine viel höhere Leistung. So, und zwar wird ein neues Kühlungssystem eben für die S24-Geräte kommen. Und das sind halt interessante Werte, Freunde, inwiefern diese Leaks jetzt zutreffen, ja. Das steht noch in den Sternen, weil das sind keine offiziellen Leaks, so wie wir es bei den Bildern haben, sondern das sind noch wirklich echte Leaks und einfach nur Spekulationen. Das Galaxy S24 Ultra soll eben eine 1,9 mal höhere Kühlung besitzen als das S23 Ultra. Und genauso könnt ihr es hier für das Plus und für das normale Modell auch sehen. Und eine bessere Kühlung bedeutet immer mehr Leistung, Freunde. Das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Ja, das war es eigentlich hier auch schon. Der Vapor-Champing wird auf jeden Fall kommen. Was wir uns jetzt noch anschauen, ist eben das Gerüchteblatt, was ich hier für euch gefertigt habe, Freunde. Und hier können wir eben sehen, ja, mit welchen technischen Daten das Geräte höchstwahrscheinlich, meiner Meinung nach, wenn ich mir das so anschaue, zu 90 Prozent, wird das S24 Ultra wirklich so kommen, Freunde. Prozessor, natürlich Snapdragon, Snapdragon 3, wissen wir, mit AI-Priorität ganz groß geschrieben an dieser Stelle. Arbeitsspeicher 12 GB RAM reicht, muss nicht mehr sein. Mehr Arbeitsspeicher frisst einfach nur auch mehr Akkufreunde. Der interne Speicher 256, 512 oder 1 TB für die Ultra-Vision werden auf jeden Fall kommen und werden natürlich auch den Preis beeinflussen, je nachdem, welche Speichergröße ihr wählt. Akkugröße werden 5000 mAh höchstwahrscheinlich kommen, Ladegeschwindigkeiten Superfast Charging 2.0 und Fast Wireless Charging 2.0 bis 45 Watt möglich. Also, wir können hier beim S24 Ultra tatsächlich träumen, dass wir Werte wie Xiaomi erreichen mit 120 oder 90 Watt Lademöglichkeiten. Leider, 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 da ist Samsung tatsächlich den chinesischen Herstellern so einen Schritt. Ja, weiterhin muss man sagen, warum auch immer, kriegen es irgendwie nicht hin, dass die hier 90 Watt oder 120 Watt mit reinbauen. Finde ich schade, aber auch, dass genügt 5000 mAh sind mehr als ausreichend 45 Watt, ist noch okay. Natürlich wären 90 Watt besser. Materialrückseite haben wir Glas- und Titanrahmen. Farbe haben wir lila, hellgrau, dunkelgrau, gelb-gold. Displaygröße sind 6,8 Zoll. Flaches Display ohne Krümmung. Diesmal hatten wir vorhin das Thema Displayauflösung. Wird höchstwahrscheinlich das auch ein Insider. Dadurch, dass wir eben ein flaches Display haben, Freunde, und kein Edge mehr, kann Samsung hier ein neues und anderes und besseres Panel wohl verbauen. Das M13-Panel, welches wohl höchstwahrscheinlich eine Helligkeit von 2800 Nits erreichen sollen kann. Ja, was wirklich sehr, sehr hell wäre. Und 120 Watt LTPO werden wir selbstverständlich auch dazu bekommen. Kameraanzahl werden natürlich vier Kameras sein. 12 Megapixel ultraweit, 200 Megapixel weit, also die Hauptkamera. Und 10 Megapixel dreifach Telezoom. Und jetzt die Neuheit sind hier die 50 Megapixel fünffach Telekamera, Freunde. Die wird hier neu kommen. Dadurch sollen bessere Zoom-Aufnahmen möglich sein. Besonderheiten sind jetzt hier bei diesem S24 Ultra die neue KI-Funktion durch den neuen Prozessor. Und bessere Kamera sollen tatsächlich auch viele neue KI-Funktionen dazukommen. Darunter auch, das habe ich hier unten mit aufgeschrieben, eine KI-gestützte Zoom-Anyplace-Kamera-Funktion, welche von Samsung schon im Oktober von Samsung vorgestellt wurde, aber eben nicht für das S24 Ultra, sondern im Allgemeinen diese Funktion vorgestellt wurde. Und die könnte tatsächlich hier im S24 Ultra mit am Start sein. Insgesamt soll die Kino das Motto KI bzw. AI bekommen, Freunde. Das heißt, das wird ganz groß geschrieben. Neuerungen zum Vorgänger sind eben neues und besseres Q-System für mehr Leistung. 50 Megapixel fünffach Telekamera, Snapdragon 8, Generation 3, der neue Prozessor. Und der Titan-Namen natürlich das Display für die Design-Aspekte, die wir gerade besprochen haben. Bei 10.400 bis 1.800 Euro, je nachdem natürlich, was für eine Speichervariante ihr wählt. Und Modelle mit dem Exynos 2400 sind auch möglich. Hatten wir gerade 30% schneller als der Snapdragon 8 Generation 2. Und wie gesagt, Samsung hat AI-Phone und AI-Smartphone versucht zu patentieren, hat es aber tatsächlich nicht hingekriegt. Bzw. es steht noch in den Sternen, ob die es hingekriegt haben oder nicht. Meiner Meinung nach aber wird es nicht klappen. So, Freunde, ich habe jetzt ganz viel geredet zu den neuen Samsung S24 Ultra Geräten. Aber insgesamt kann ich von mir aus behaupten, Freunde, dass diese Geräte hier wirklich sehr, sehr gut sein werden. Sowohl technisch als auch designtechnisch und optisch wird Samsung nicht enttäuschen. Meiner Meinung nach hat Samsung mit der S3 sowieso nie hundertprozentig enttäuscht. Diese Geräte werden nochmal eine Chip drauflegen und werden sehr, sehr nice sein, Freunde. Also vom Optischen her, eben mit diesem kantigen, eckigen und flachen Look, finde ich sehr nice. Mich würde selbstverständlich auch interessieren, wie findet ihr das alles, Freunde? Wie findet ihr das, was wir im Moment auf dem Blatt stehen haben? Und würdet ihr euch bzw. spielt ihr mit dem Gedanken eben auf einen S24 Ultra umzusteigen? Wenn ja, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare, Freunde. Das war es von mir mit diesem Video. Es freut mich sehr, dass ihr am Start wart, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Und ich würde sagen, für den Support, Leute, abonniert gerne den Kanal, like das Video, wenn ihr nicht schon getan habt, teilt es mit euren Freunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, euer Techmaster.